Zu der Ruine da? Es war gerade echt gemein, die Scorpion-Magazine waren beide halt leer. Kommt das nächste! Straßensperre! Das ist doch nicht wahr! Ist nicht wahr! Ich lebe noch! Ich wollte dich auch gerade aufheben. Ich habe ihn rausgeschmissen. Aus dem Spiel? Den Fahrer. Achso. Ja, auch im Rücksitz verwandt. Die stille Treppe. Ähm, das hat mich auch viel verbuggt. Ich geh noch von oben dran. Ne, aber ich kann dich nicht aufnehmen, ja. Ja, ich leb ja auch. Er schießt ihn nochmal. Achso, ne, du musst... Ach, das war noch der Ragdoll. Ja, das war das Spiel von alleine. Wir haben eine Rauchgranate. Schon gut aufbewahren. Oh, da kommt gar viel vom Garten. Hinten, wo die Autos herkamen. Ja, verletzt. Genau. Oh, die haben Granaten. Ich hab keinen Schuss. Verteilt euch. Ja. Brauchst dich... Wir wurden schon verteilt. Ja. Das ist ne Heli. War doch besser weg. Ich glaub, das brauchst du gar nicht besser. Wenn der jetzt runter geht. Oh. War das der Granatwerfer? Ach. Was? Wapwap. 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 Joshis,